Kinei, siehst du die Honigwabe? Die musst du dir immer schnappen. Die könnten später sehr nützlich sein. Hey Kinei, ich wette du kannst über diesen Baumsturm springen, wenn du die rechte Maustaste oder die Steuerhundtaste drückst. Versuch's einfach! Siehst du die Büsche? Die müssen mal gestutzt werden. Drück einfach die Action-Taste oder die linke Maustaste. Dann ist der Weg frei. Diese lila Blumen schmecken ganz bitter. Sie macht hinein, ein Kiefernzapfen! Oh, die Dinger mag ich gar nicht. Die sind eklig. Wir müssen gut aufpassen, dass wir sie nicht berühren. Davon bekommt man schrecklichen Juckreiz. Glaub mir! Oh oh, du hast sie berührt! Mit diesen Eicheln geht sie gleich viel besser. Wenn du wieder einen Juckbusch berührst, dann schnapp dir die Eicheln und das Jucken ist Geschichte. Na los, probier's aus! Ha, hab ich's doch gewusst! Wieder so ein Juckbusch! Diesmal gibt es hier viel mehr davon. Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Aber Kinai, wir müssen hier lang. Na gut, bringen wir's hinter uns. Oh, oh, oh! Jetzt juckt es überall! Zieh mal! Hier wimmelt es nur so von Fischen. Meine Mutter sagt, dass sie noch viel besser wirken als Eicheln. Lauf rüber und schnapp sie dir! Los, Kinai! Das Jucken muss endlich aufhören! Ja, das hab ich mir gedacht. Siehst du die alten Bäume? Die lassen sich umstürzen. Ich glaube, das wird uns später noch helfen. Los, Kinai! Das macht Spaß! Ich war mal mit meiner Mutter hier. Magst du Schmetterlinge, Kinai? Ich schon! Große, kleine, hübsche, hässliche, blaue, grüne. Ich mag alle! Hä? Ich würde den Felspumpen ja wegschubsen. Aber du siehst so aus, als wolltest du es tun. Also nur zu! Wow! Hey!